Der Tag am See lässt keine Wünsche offen. Neben viel Musik, kulinarischem und jeder Menge Aktionen ist für den Abend ein Abschlussfeuerwerk geplant. Marc Speer und seine Kollegen befestigen schon früh die Abschlussstationen auf den schwimmenden Plattformen. Die ganze Aktion ist eine gelungene Kooperation von Prospex und der Stadt Heinsberg, die am Lago La Prello mit Überraschungen aufwartet. Prospex als Werkstatt für Menschen mit seelischen Behinderungen hat jetzt im dritten Jahr das Bootshaus am Lago La Prello betrieben. Ein Erfolgsmodell meiner Meinung nach, entstanden aus der Idee für Familien mit Kindern am Wochenende ein Naherholungsgebiet am Lago La Prello, einen Anziehungspunkt oder einen Angriffungspunkt zu haben, Brot zu fahren, Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Wir sind damals sehr schnell, als die Idee geboren wurde, auf die Stadt Heinsberg zugekommen und haben in, ich glaube, sehr unkomplizierten Gesprächen miteinander das Projekt entwickelt und auch durchgeführt. Wir vertiefen diese Zusammenarbeit in der Tat. In der einen Hinsicht, wir werden dieses Gebiet weiterentwickeln. Hier entstehen gerade Kinderspielgeräte und als besonderes Highlight kann man hier am Lago auch heiraten. Das machen wir seit April. Wir stehen hier gerade im Trauzimmer. Wir haben anfangs gesagt, jeden dritten im Monat vier Hochzeiten machen wir. Mittlerweile müssen wir auf sechs Hochzeiten schon hochgehen. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr noch viel mehr Angebote liefern können und müssen. Passend zum Thema gibt es eine kulinarische Seemeile. Das Angebot reicht vom Barbecue über frische Gambas bis zu frischem Fisch. Wir haben hier einen schönen Schwertfisch gerade auf den Grill geworfen, ein mariniertes Stück. Frischer geht es eigentlich nicht und er wird kurz angebraten auf beiden Seiten. Dazu gibt es einen Schwertfisch auf Gurkensalat. Bei den Beilagen sind Kartoffelspiralen ein echter Treffer. Hier ist der Name Programm. Kartoffelspiralen, angeboten von der Familie Spirälchen. Ein Tag am See, bei dem viele Rollstuhlfahrer den Weg zum Lago L'Apprello finden. Ein Novum für die Rollstuhlfahrer ist das neue Rolliboot, das von Prospex gebaut wurde. Tanja van Breh ist ein wenig aufgeregt, genießt die Fahrt aber dann in vollen Zügen. Die Bootsfahrt war ein ganz tolles Gefühl. Meine Familie wird sich riesig darüber freuen, dass wir jetzt einen neuen Ort haben, wo wir jetzt zusammen was Neues unternehmen können, wo die Mama mittendrin dabei ist. Als es Abend wird, ist es Zeit, bei unseren Feuerwerkern nachzuschauen. Wir sind momentan gerade dabei, die einzelnen Batterien anzuschließen an die Zündmaschinen. An den Batterien sind bereits Elektrozünder angebracht, über die das Feuer nachher in die Batterien reingeht. Und weil wir in diesem Fall mit dem See eine ganz besondere Lokalität haben, wo wir nicht im Nachhinein einfach hinrennen können, um die Artikel zu zünden, nehmen wir zwei Maschinen, die wir separat anschließen an jede Batterie, um eine maximale Wahrscheinlichkeit zu erreichen, dass sie auch direkt angehen. Während die Gäste sich auf den Abend einstimmen, beginnen die Feuerwehrtaucher des Kreis Heinsberg mit dem Vorprogramm. Dazu Tauchleiter Guido Funk. Also man sieht jetzt, dass ein Boot Feuerwehrtaucher zieht. Die Feuerwehrtaucher liegen auf dem Wasser, werden gezogen über eine Leine. In der Leine ist eine Handschlaufe drin. Das ganze Szenario wurde nicht geübt. Das ist jetzt hier das erste Mal für uns. Und von mir aus würde ich sagen, das sieht echt spitze aus. Auch die Feuerwerker können vorher nie etwas ausprobieren, denn sonst wären die Raketen ja schon abgefeuert. Heute klappt deshalb auch auf Anhieb. Das stimmungsvolle Finale begeistert einfach alle, die bis zum Abend geblieben sind. Vielleicht bis zum nächsten Jahr. Das stimmungsvolle Finale